Wir bleiben zu Hause bedeutet für mich, dass ich endlich die Projekte umsetzen kann, für die ich mir so lange keine Zeit genommen habe. Und vor allem auch, dass ich mir wieder Zeit für mich nehme und auch Zeit nehme, um kreativ zu sein. Das ist in den letzten Jahren bei mir total untergegangen und ich finde das jetzt gerade eine unglaublich tolle Chance, einfach wieder entspannter an Dinge ranzugehen, Dinge neu zu denken und Dinge anders zu denken. Und außerdem genieße ich auch gerade sehr die Zeit mit mir selbst und auch trotzdem den Kontakt mit meinen Freundinnen. Auch wenn wir zwar nicht nah beisammen sind, können wir trotzdem uns so viel Kraft und Zuneigung geben und das auch über eine Distanz. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Gefühl, aber trotzdem was Wunderwunderschönes, dass man bei all dem nicht alleine ist. Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit.